Alle Spiele der Regionalliga-Fest, live und on demand, auf Sport total. Dr. Marcel Benkhoff pfeift die Partie an, Rödinghausen in den Grüntrikots, im ersten Durchgang von rechts nach links, die Gastgeber in weiß von links nach rechts. Malczewek und Wiebel vor Kilian Neufeld. Und das Anspiel ist ganz gut, Malte Meier, kämpft da, Malte Meier mit der Chance und das ist nicht das 1 zu 0. Riesengelegenheit. Ja, kein guter Abschlag, Bravo Sanchez, aufschaubt, der hat viel Platz und Neufeld mit starker Parade. Da war Schaub völlig frei durch. Und jetzt die Kontergelegenheit für Cirillo, auf der anderen Seite, Cirillo kann den Abschluss suchen, macht noch den Haken, legt quer zurück, Casalino muss den Schuss suchen und schießt den Ball übers Tor. Nehmen beide. Cirillo hebt aber den Arm, wird es machen, so ist es auch und zieht ihn direkt aufs Tor, starke Parade von Wechsel. Und der Ball landet auf dem Tordach. Julian Meier. Probiert es direkt und der ist auch nicht schlecht. Geht knapp vorbei am Winkel. Hoffmeier. Nimmt Schiroba mit. Versuchen wir es spielerisch, räumen wir es aber sehr, sehr eng. Und das ist gut gemacht, Malte Meier kommt aber nicht an Neufeld vorbei, der super pariert in dieser Szene. Und Ecke kommt von Bravo Sanchez in die Mitte und diesmal gefährlich. Und die Parade von Neufeld und nochmal geklärt. Jetzt ist die Fahne oben. Ball ist nicht drin, aber Riesengelegenheit für die SG Wattenscheid 0-9. Hier sehen wir es nochmal. Kopfball von Schaub, der dann auch nachsetzt. Dann auf der Linie geklärt. Und dann ist Hober im Abseits. Nico Lukas, ein defensiver Mittelfeldspieler. Burak Järli, ein Linksverteidiger. Aber jetzt schauen wir erstmal auf Safi. Neufeld ist draußen. Spielt den Ball nicht mit der Hand. Und verhindert so den Treffer. Auch wenn Rami in Safi das nicht wahrhaben kann. Nächstes Mal macht es Cirillo von der anderen Seite. Bringt den Ball rein. Und der ist nicht ungefährlich. Malczirek verpasst dann. Kurzen bekommt er den Ball. Ja, bringt ihn direkt in die Mitte zu Masseta. Der wird abgegrätscht. Und es gibt kein Elfmeter, denn der Ball wurde gespielt. Und Kejan Neufeld kann er aufnehmen. Wir schauen auch hier direkt nochmal drauf. Und das ist einfach eine gute Grätsche von Tim Bredaric. Aber jetzt Safi in die Mitte. Masseta. Und das 1-0 für Rödinghausen. Damian Masseta. 6 Minuten hat diesmal gedauert nach der Einwechslung. Und Damian Masseta ist am Ende derjenige, der den Ball über die Linie bringt. Das ist da ein leichter Fehler in der Abwehr. Neufeld kommt raus. Bravo Sanchez bringt den Ball aber in die Mitte. Und dann ist es der zehnte Saisontreffer für Damian Masseta. Marco Cirillo. Bredaric verliert den Ball. Und jetzt ein bisschen Raum da für Rödinghausen. Schaub mit der Flanke in Richtung Masseta. Nein, Bravo Sanchez kommt hin. Und da fehlt gar nicht so viel. Rödinghausen steht da wirklich sehr, sehr stabil. Und hat jetzt die Gelegenheit über Patrick Kurzen. Der da ganz, ganz viel Raum hat. In der Mitte ist Bravo Sanchez. Der bekommt jetzt den Ball. Bravo Sanchez geht vorbei und fällt dann gegen Neufeld. Es gibt den Elfmeter. Und wir schauen noch mal drauf. Kurzen mit zu viel Platz. Bravo Sanchez bekommt den Ball. Lässt Malczewik aussteigen. Und dann wird er da getroffen von Neufeld. Hätte den Ball sonst einschieben können. Jetzt also zwei andere Akteure, die hier gegeneinander antreten. Nämlich Patrick Kurzen gegen Kilian Neufeld. Kurzen tritt an und verwandelt Stuberen. Links unten Neufeld. Nach rechts unterwegs. Und Rödinghausen, wie die Gastgeber sich hier offensiv präsentieren. Keine Chance für Neufeld. Der ist platziert geschossen. Und so steht es 0 zu 2. Aber Hippe steht auch wieder. Bringt den Freistoß nach vorne. Und Esser mit dem Fehler. Kurzen auf dem Weg zum 3 zu 0. Fragezeichen. Wird da noch im letzten Moment. Und das war's. Marcel Benckhoff pfeift die Partie ab. Die SG Wattenscheid 09 verliert. Ja Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Ja, alles gut. Tschüss.